So. Aufnahme 6 beginnt. Die bringe ich aber nicht ganz zu Ende. Die brauche ich später weiter. Okay, neuer Gegner. Ja, nicht neu, aber... Heilung. Sehr schön. Da unten ist ein Gigant. Gigantus. Maximus. Ja. Wollen wir da links gehen? Guck ich erstmal hier. Wir haben hier nen Weg. Ich muss eigentlich mal gucken, was die ganzen Fragmente bringen. Wir haben hier irgendwo nen Schwert. Ja. Hallo, Boss. Nee. Nee. Das hört mich an irgendwie so'n Orb von Diab und so. Wo ist der Artschaft da? Hinten ist noch einer. Hier ist noch einer. Nee, die sind Schwertkämpfer. Ja. 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 Ach, hier war nichts weiteres in der Halle. Okay, ich gucke da einfach noch kurz. Ich gucke noch ein, wo es ist. Unvergängliches Fragment. Hier komme ich nicht durch. Ich muss schon sagen, eben habe ich euch entgegengehauen. Dämonen wartet. Das ist ja auch ein Denkwünsch, aber... Das ist ja auch ein. Das ist ja auch ein. Das erste Schwert habe ich. Juhu! Äh... Oh, da oben. Oh, da oben. Oh, da oben. Nah, nachher. Oh, okay Oh, das ist doch weg. Ja, das ist doch weg. Oh, das ist doch weg. Oh, das ist doch weg. Jetzt habe ich ihn. Droppt er was? Nee. Hier ist was. Glühende Überreste. Wie schön. So, erstes Schwert haben wir. Weiter zum zweiten. Nein. Gucken wir noch die Flügel runter. Oh, mein Controller ist leer. So. Ups. Oh. Ja. Da wollte ich noch mal längst gucken. Schauen, was wir hier haben. Hm. Nur ein Splitter. Okay. 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 Wieder geht's. Nächster Weg. Andere Seite. Und drop. Zack. Gucken, wo wir hier rauskommen. wieder sowas ähnliches oder wie? Oh, was haben wir hier? Okay. Kleinen Lurcher. Hoffen nur. Okay. Und ein Artefakt? Nee, Chaosverbesserung. Das sieht halt irgendwie komisch aus. So. Noch eine Verbesserung. Schauen wir mal. Chaos. Untertestellung und Dauer. Oh. Hm. Warte, wo bin ich jetzt? Ah, hier. Okay. Vorne läuft so ein Viecher. Aua. Hat ja gut reagiert. Ungefähr. Oh, ja. Oh, ja! Oh, fuck. Okay, what the fuck. Ich frage mich jetzt, wofür brauche ich das? 30 Schwitter? Ja, okay. Ah, dafür. Nein, nicht dafür. Davor kann ich ihn nicht nehmen. Hm. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wofür ist das hier zur Ablenkung? Oh. 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 Gottschad. Kommt dann gleich der Boss? Könnte sein. Du 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 du. Hehe. Zeige das, er wird uns beiden, wie du willst. Oh, sorge dafür, dass sie schreien weiter. War doch die richtige Vermutung, oder? Komisch. Hmm. 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 Vielen Dank. Boss! Das ist kein Mensch, oder? Oh, ich kann dich zu den anderen deiner Art bringen. Mensch, wäre das nicht schön? Aua! Aua! Doch nicht beim Boss. Oh. Warum? Warum? Tunnel. Tunnel. Ach, da ist wieder so ein Jump-Feld. Dass ich das immer nicht sehe. Ja. 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 So, hier mach ich jetzt erstmal Pause. Nächste Aufnahme ist dann gleich hinter dran. Also, wird einfach fortgeführt. Bis gleich. Oder bis... So, es geht weiter. Dann sehen wir wieder sowas. Die Kristallen. Ups. Obwohl, der es direkt machen muss. So, nach hier. Er ist neufelig. Oh! so komisch oh, Halle gerade in dem Moment noch gesehen cool, Museum oder sowas T-Rex ich glaube, wenn ich von hier hoch springe sollte das gehen war hier nicht eben irgendwas ich will nur eine Falle das ist ein Gegner davon ist noch eine Falle wie viele Fallen hier sind Stärkungsfraken mit hier waren sie ist nix voll in die Fall Das ist voll. Und hier ging es hoch. Ich springe da noch rein. Kommt man nach oben? Ja anscheinend nicht. Obwohl da oben ist ein Item drauf. Vielleicht von da. Ja. Ja. Okay. Hmm... Heh, man hat's auch wirklich hier gekocht. Piu! Ops. Gut. Hier entscheidend nicht. Probieren wir das mal von hier aus. So. Da war der Durchgang. So. 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 Den würde ich an mir ganz gerne. Leider. Ich komme von hier irgendwie nicht klar auf. Oh, ha, doch, jump. Dump von mir. Da oben ist noch ein Item. So, und jetzt sollte man hier da rüberkommen, oder wie? Hm, keine Ahnung. Wollen wir hier nicht eben noch ein Item? Wie sieht es nur so aus, hä? Okay, komisch. Merkwürdig. Da scheint jemand ziemlich sammelwütig zu sein. Herrin? Sein Talisman. Sei vorsichtig. Bosskampf ohne Leben. Lassen wir uns gleich einmal sterben wahrscheinlich. Ah, jetzt sind wir am Anfang wieder. Das habe ich gar nicht gesehen, aber... Gut, gut. Hier ist er hin, oder? Ja. Da. 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 Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter! Schauen, wo es hier links hingeht. Ah, Lippe? Okay. Das ist nichts. Heilung. Sind wir wieder hier? Ach, das war die Abkürzung. Gut. Auch noch Heilung, voll schön. Okay. Jetzt wird es glatt ausgesprochen. Okay. Äh, ich will eigentlich nur kurz zwei Lebenssachen holen, deswegen. Okay, ich bin auf einer. Zum, 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 zum. Egal, ich kann es auch mit zwei versuchen oder aber auch mit dem Händler gehen. Sollte ja funktionieren. Womit kann, lass dir Zeit, eine kluge Entscheidung, wie du willst, lass dir Zeit, wie du wirklich Nervig, dass es da keinen schnelleren Weg gibt, obwohl andere Fickler ja auch genauso schnell wie ist da egal, whatever. da können wir dann doch noch einen Weg irgendwo hin Hier haben sie alles runter geworfen. Hier wäre auch einer gewesen. Was ist Gier oder was? Nicht jeder weiß die feinen Dinge im Leben zu schätzen. Die Augen passen echt gut zu HG. Hast du vergessen den Eintrittspreis zu bezahlen? Dein Leben? Hör es dir, wenn du dich traust! Abschauen! Jetzt dein Tod genügt mir mit drei Tagen. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Da ist er auch feuchten. Zu spät. Zu spät. Sprünkt einmal wieder hoch, ne? Du findest worden, weigerlich. Ha 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 ha! Dein Leben, die Sieger sind. Ah, noch nicht hoch. Was ist das? Oh! Ich weiß, dass er auch so in seinem Sinn ist. Und ich drück Das wird mir gut leben, irgendwie Und dann weiß ich wieder Nicht nur Das geht immer nicht so gut Das geht immer nicht so gut Das wäre ja nicht so schön Ich habe aber auch nicht wirklich so viel gekämpft Machen Keine Zweideffern Vielleicht war ich auch schon zu hoch gelavellt Also ich bin ja ganz wenig ausgewichen Komisch Wer braucht schon ein Museum Wenn man hier mit einer Sammlung herumtragen kann Ach, bei Nausinn Kein Portal zu... Der Unterweg? Hm... 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 Ich bin noch irgendwo ein Engelsartefakt Hier in der Ecke oder so Ja... Sehr schön So... So... Items habe ich Komm ich da hoch? Muss man da hoch? Wo... Ich bin noch nicht so Ich bin noch mal Ich bin noch nicht so... Aber ich bin noch nicht so... Sei gegrüßt. Bitte. Lass dich. Dann wäre man da direkt weitergekommen. Jetzt glaube ich. Warte. Wollen wir alle wieder benutzen, gucken was ich dann machen kann. Womit kann dir die Plast jetzt sein? Neue Artefakte. Ich wusste du kannst nicht. Wie du das. Hm. Bisschen zu wenig. Schade. Wie du willst. Du bist zurück. Es freut mich dich wieder zu sehen. Ach endlich kann ich beruhigt schlafen. Wie kann mein Hammer zu. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen. Was? Hoho. Damit wirst du ordentlich verr... Hoho. Damit wirst du ordentlich verr... Hätt mich nicht verbrücklicht gehalten. Eines meiner... Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Hätt mich nicht verbrücklicht gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Ja. Hm. Interessant. In Ordnung. Zauber ich den Doppel wissen. Was ich für dich tun kann. Hm. Oh ho. Damit wirst du mit dich nicht verbrücklicht gehalten. Aber jetzt bist du noch... Interessant. Alles Gute, Fury. Danke, dass du mich gerettet hast. Du warst also erfolgreich. Hm. Es freut mich dich wieder zu sehen. Reiter. Okay. So. Diese Aufnahme beende ich dann damit. Wir haben den Bus besiegt. Wir haben... Unsere Sachen abgegradet. Und gehen jetzt weiter. In Richtung... Blauer Bus. Haha.